damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu axiom berg 2 so wir sollen jetzt irgendwo hier lang oder runter ich bin jetzt nicht sicher ich glaube es war jetzt hier runter könnte es hier der weg sein ich weiß es nicht wir schauen einfach mal wahrscheinlich komme ich hier ansible wurde eingeschalten bist du da ja dank wir habe ich die zeichen begrenzung dieses terminals umgang ist etwas dazwischen gekommen amashilama sie hat die verlorene siwuna aber sie will den rest finden der irgendwo unter uns ist nachdem was ich über sie weiß sind sie sehr gefährlich zumindest dachten dass die einen heimischen der lamazu sagt dass sie die benutzen will um die ansur die mutterwelt zu zerstören weil sie denkt dass uns das irgendwie befreien wird ist das eine plausible sache oh gott nein indra das würde buchstäblich das ende unseres universums bedeuten selbst wenn wie amashilama zu denken scheint dieses universum überleben könnte selbst dann wären die orte an denen samara und ich sind für immer voneinander getrennt du würdest amara nie wieder sehen das habe ich schon gedacht ich denke du verstehst das bitte lass mich lass nicht zu dass amashilama das tut ich bin im begriff eine bruchbombe zu zünden anscheinend ist es das einzige was das portal das zu ansur führt zerstören kann wenn du also nicht mehr von mir hörst wenn ich nichts mehr von dir höre dann deshalb weil du aufgehört hast zu existieren also lasst das nicht geschehen okay schön einfach mal so metroid mäßig komplett nach unten gehen indra ein portal strom aufwärts liegt für uns es führt nach ansur das juna arsenal wurde dort platziert um es zu sichern aber inzwischen ist dies genau der ort den amashilama braucht um den größten schaden anzurichten bist du sicher dass du ein computer bist deine entscheidungsfähigkeiten sind genauso schlecht wie die eines menschen du solltest in der lage sein die bombe mit deinen naniten zu hacken stelle einen timer auf eine minute das sollte reichen um rauszukommen danach werde ich die tür versiegeln und dann kann niemand mehr zu diesem arsenal gelangen richtig nur ein muster verstand könnte das tun und davon gibt es in dieser welt keinen mehr okay ich wäre jetzt eigentlich noch mal ganz happy über einen checkpoint ein kleiner checkpoint wäre ach danke speichern wir mal nicht so schnell indra wir wollen doch nicht dass das portal jetzt zerstörst oder amashilama dieses portal führt nach ansur der mutterwelt sobald die restlichen siuna erhalten habe werden wir es zerstören und dabei werden wir auch diese welt zerstören das ist nur eine frage der semantik ich werde sie in ihre ursprüngliche form zurückbringen sie wird wieder ein teil des reinen reichs der ideen werden diejenigen die in der jetzigen welt leben werden nicht mehr zu existieren und die zerstörung dieser welt zu erleben ja das ist ein haufen blödsinn den ich nicht zulassen werde okay was muss ich machen ja wo muss ich hin wo muss ich hin wo muss ich hin ich glaube ich muss von hier weg was muss ich da machen öffnen 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 öh 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 Was zur Hölle muss ich denn machen? Okay, ist sie jetzt geschwächt, dass sie da jetzt nichts machen kann, oder was? Ich muss sie scheinbar hier oben erwischen, kann das sein? Yes! Nein! Okay, ich muss also sie erwischen. Da unten ist aber schon leergefegt, ne? Komm her! Hamashi-Lama! Ja! Komm her, du blöde... Oh! Nice! Nein, sie hat es wieder aktiviert. Ah, ich bin runtergefallen. Geil, und in der Variante bin ich auch noch lauter. Oh Mann. Oh, schön, aber ich werde immer wieder da wieder gewonnen. Der einfachste Bosskampf ever. Danke, danke, danke. Danke. Na komm her, Schnuckiputz. Okay. Hi. Genug. Denkst du, ich weiß nicht, was du vorhast? Ich war hier, als die Bombe gemacht wurde. Indra, hack hier die Bombe. Äh, du, wie? Und verschwinde von ihr. Ich werde sie beschäftigen. Eine Minute Zeit. Hey, da sind wir schon mal raus. Indra, du hast es geschafft. Lauf schnell. Was meinst du, was ich mache? Sicher nicht hier, äh, Backe, Backe, Kuchen. Oh, oh. Oh, geschafft. Betreu dem, was der Lamar so gesagt hat, hat die Bruchbombe das Portal nach Ahn so komplett ausgelöscht. Wir hatten überlebt, Damo und ich. Oder zumindest eine Version von mir. Das andere Ich, sie war gestorben, um alle zu beschützen. Da wurde mir klar, dass es mir nicht mehr wichtig war, nach Hause zu kommen. Also versprach ich Damo, dass ich, egal was passiert, einen Weg finden würde, ihn zu reparieren. Um ihn wieder in Fleisch und Blut zu verwandeln. Und ich wusste, wo die Technologie dazu finden konnte. Aber ironischerweise hatte ich gerade den einzigen bekannten Weg dorthin in die Luft gesprengt. Also würde ich Hilfe brauchen. Und so bist du zu mir gekommen, in der Hoffnung, dass ich dir helfen kann, diesen Ahn so zu erreichen? Nach deinem eigenen Eingeständnis war das das Ziel von Amashilama. Bist du sicher, dass du völlig frei von ihrem Einfluss bist? Ja, natürlich. Dort lagerte sie ihre fortschrittlichste Technologie. Ich würde denken, dass auch du es lukrativ finden würdest. Aber um dorthin zu gelangen, brauchen wir einen Musterverstand. Und Hammond? Denkst du, sie ist auch dort? Ich gebe nicht vor, eine Ahnung zu haben, wo Hammond ist. Ich habe versucht, sie mithilfe der Ansible zu kontaktieren, aber sie sind jetzt alle tot. Aber ich habe das Gefühl, dass sie und Samara immer noch da sind, irgendwo. Nun gut, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir, Indra. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr Indra nennen. Der echte Indra ist gestorben, um uns zu retten. Ich bin etwas anderes. Ich bin etwas anderes, okay. Oh, Axiom Verge von Tom Happ. Gewidmet für Alistair Happ. Gesang von Maisa Cara. Geschäft und Marketing, dann Adelmann. Buchhaltung, Esther Chloe Happ. Familienunternehmen, so wie es aussieht. Lokalisierung. Mal gucken. Albert Wey, Marcel Weyers. Marcel Weyers könnte ein deutscher Name sein, würde ich sagen. Die anderen klingen alle nicht so wirklich für deutsch. Erstellt mit Brood, F-Mod, Graphics Scale, Monogame, Perforce, Photoshop, Shader Toy, Sonar, Soundforge, Spine, Tiled, Ultra Edit, Visual Studio, Wavelab Elements. Okay, so viele Sachen. Kein schlechtes Ding. Besonderer Dank. Das sind auch einige. Okay, was sage ich jetzt insgesamt zu Axiom Verge 2? Gefühlt war es kleiner und kürzer. Gefühlt fühlte es sich auch nicht wie ein zweiter Teil an. Es fühlte sich mehr an wie ein eigenes Spiel. Und ich fand es halt auch jetzt in dem Augenblick nicht so der Wow-Effekt wie beim ersten Teil. Gut, der erste Teil war jetzt auch nicht für mich der Brüller, aber er war jetzt nicht schlecht. Jetzt muss ich aber sagen, natürlich habe ich das jetzt ein bisschen doof abgepasst wegen der letzten Folge. Da hätte ich das definitiv noch alles mit reinpacken können. Aber okay, gut. Dann ist das halt mal so. Also, storytechnisch, ja, ist ganz nett. Aber ich würde mich halt jetzt auch bei Axiom Verge ein bisschen freuen, wenn sie da grafisch einmal einen draufsetzen. Ich finde zwar einen Pixel-Look, ich sage jetzt mal, bei einem ersten Spiel und das ist gut, wirklich in Ordnung. Aber man könnte dann halt beim zweiten oder dritten Teil dann vielleicht doch ein bisschen, ich sage mal, die Pixel weniger machen. Vielleicht war es das jetzt auch. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu knappig oder zu kniesig. Aber, ähm, so, ja, ist halt jetzt so mein Eindruck. Ich denke mal, euch hat das Spiel gefallen und wenn ihr es natürlich selber testen wollt, äh, klar. Im Nintendo eShop könnt ihr das Spiel kaufen, ihr könnt es für einen PC kaufen, ihr könnt es für sämtliche Konsolen kaufen. Und, ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Spiele in der Richtung, die irgendwie Metroidvania-mäßig unterwegs sind. Und hier an dieser Stelle ist jetzt dann mit, ja, und natürlich du, danke. Äh, hier an dieser Stelle ist dann jetzt erstmal Schluss. Ich werde auch nicht das Plus spielen, also neues Spiel Plus oder was es da vielleicht auch wieder geben mag. Oder, keine Ahnung, DLC gab es nicht dafür. Ja, ich freue mich einfach auf den dritten Teil. Schlussendlich wurde jetzt ein dritter Teil angeteasert. Gesamte Zeit 11 Stunden, 33 Minuten und 48 Sekunden, Gegenstände 72 Prozent, Karten 93 Prozent, kann ich mit Leben, alles über 70. Oh, 17 Tode. Uh. Ja, gut, dann danke ich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. 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 Tschö.